Ja, willkommen zurück bei Lightswood Games, das ist jetzt Part 6 von Minecraft. Ich habe gerade eine kurze Aufnahmepause gemacht, in der ich uns wieder ein paar Ressourcen gesammelt habe, ein paar Werkzeuge hier zusammengebastelt habe, man sieht es im Inventory. Ich habe schon sieben Cobblestones abgebaut mit der Spitzhacke und damit wollte ich jetzt auch im Let's Play weitermachen. Ich weiß, das ist nicht so spannend, aber wir sind wie gesagt gerade krepiert, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Und deshalb basteln wir uns jetzt erstmal wieder was zusammen. Ja, wow, da ist Kohle, geil, Kohle, yeah, wir haben Kohle gefunden, woho, Kohle. Wir haben coole Kohle gefunden, yeah, es geht weiter mit schlechten Wortwitzen, yeah. Warum sage ich dauernd yeah, yeah. So, sammeln wir den ganzen Scheiß mal ein hier und jetzt müsste ich mir eigentlich Steinwerkzeuge bauen und die Kohle abbauen. Wisst ihr was? Das mache ich auch. Ich habe aber keine Lust, jetzt ist es zwar kein weiter Weg, aber ich habe keine Lust, Hütte zu rennen. Also craften wir uns mal schnell eine Werkbank. Zack. So, zuck. So, zuck. So, bauen wir unsere Werkbank mal wieder ab. Und dann würde ich sagen, Freunde, geht es hier zur Sache. Jetzt gibt es Kohle. Horst Köhler in Action, ja. Ich würde jetzt ja am liebsten anfangen, Kohle, 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 Kohle zu singen, aber ich glaube, dann würde ich ein Copyright von Gronkh verletzen. Das ist jetzt natürlich nichts gegen Gronkh, nein, ich liebe die Let's Place von Gronkh. Aber ich glaube, dann würde ich Urheberrechte von Gronkh verletzen, wenn ich jetzt anfangen würde, Kohle, 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 Kohle. So, genauso wenn ich jetzt anfangen würde, Bulimie-Witze zu machen, dann würde ich auch ein Copyright verletzen. Das möchte ich natürlich nicht, nein, wir sind die saubere LPA. Äh, ja, jetzt habe ich mal einen kleinen Abgrund gebaut, das wollte ich eigentlich nicht. Ist aber auch schon mal nice. So, hier scheint aber kein Horst Köhler mehr anwesend zu sein. Also laufen wir wieder raus, machen nochmal einen schönen Ice-Light. Wuhuuu, langweilig. Und warum schmeiß ich die Hacke weg? Und lachen zurück zu unserer Hütte. Wir gucken aber erstmal gerade, ob hier sieht rauskommen. Sieht. Keine sieht. Sieht. Keine sieht. 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 Immer noch keine sieht. Oh, jetzt bin ich aber beleidigt, das habe ich keinen Bock mehr, jetzt muss ich gut sterben. Tja, Gras, du hast mich so beleidigt, dass ich die Kupel töten werde. Ne, Co? Sieht ja genauso wie ich. Stürb. Oh, mein Gott, was geht hier ab, Mann? Mö, 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 Gott. Ja, ist ja gut, mein Gott noch. Oh, mein Gott, haben wir uns verlaufen? Nein, da haben wir nicht gut. Dann wird einer von euch sterben. Ich sagte, dann wird einer von euch sterben. Kuh, komm, sterben. Lalalala, aufs Maul. Halt die Fresse, Mann. So, kriegst du was drauf, mein Gott noch. Gott, ey, Mann, hör auf zum Mond. Halt die Fresse, Mann. So, ich hab keinen Bock mehr, ich verpils mich. So weit hab ich das getrieben, mir steht jetzt bis hier oben. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Er scheiß kühl. So, ich hab nicht gelungen. Ab und zu geht einem DKI schon mal echt auf den Sack, vor allem, wenn man mit Hetzer spielt. Und dann so ein Kuh-Erdig findet. Und dann ... Und dann dann ... Dann kann man schon mal leichter zu neigen, auszurasten. Ne, Freunde? So, basteln wir uns noch mal kurz ein paar Fäcklchen. Feckelschlüsse sind immer gut. Und wir haben ein 64er Stack. So, ich würde sagen, die restliche Kohle lasse ich erstmal. Und damit verabschiede ich mir schon. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war Lightfoot Games. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Let's Play.